Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch ungefähr einen neuen Sinterversuch, weil ich Soundprobleme habe, hoffentlich klappt es jetzt diesmal. Das ist ein Madden 23 Video, also wenn ihr keinen Bock auf Madden 23, Madden generell oder meine Madden Videos habt, dann ist das Video höchstwahrscheinlich nichts für euch. Sorry, falls ihr was anderes erwartet hattet vom Titel oder Thumbnail oder sowas, aber ich dachte, ich sag's direkt lieber nochmal am Anfang. Wir reden heute ein bisschen über meine generelle Strategie, beziehungsweise was ich in Madden 23 an Content bringen werde auf meinem Kanal. Und dann habt ihr natürlich auch eine, zumindest Vorentscheidung, die ihr treffen könnt heute und da geht's natürlich um das vermutlich größte Projekt, was ich jedes Jahr mit Madden 23 hab und zwar die Franchise. Alright, Madden 23 kommt am 16. August raus, sofern ich das richtig verstanden habe. Ich dachte, dass es so wie letztes Jahr ist und mit EA Play kann man sich noch diese 10 Stunden Extraspielzeit irgendwie paar Tage vorher ergaunern. Äh, scheinbar ist das aber nur aus Versehen letztes Jahr so gewesen und eigentlich sollte EA Play schon die ganze Zeit gleichzeitig anfangen zu diesem Pre-Release von Madden. Diese drei Tage vorher oder sowas, die man kriegt, wenn man das Spiel vorbestellt und dann, glaub ich, auch nur die teurere Version. Ähm, heißt, ich hab jetzt umsonst mir einen Monat EA Play geholt, aber ist auch relativ egal, es kostet nur 3 Euro oder irgend sowas. Man muss nur daran denken, das abzubestellen und am 16. geht's für uns alle los, die vorbestellt haben, die teurere Version, für alle anderen am 19. die sich das direkt holen oder die die günstigere Version vorbestellt haben. Heißt, höchstwahrscheinlich wird's auch am 16. losgehen. Ähm, ob das dann direkt ein Tutorial ist oder sowas wie mein erster Eindruck von Madden, äh, Madden 16, wollte ich grad sagen, Madden 23, ähm, weiß ich noch nicht. Wenn ihr da eine krasse Präferenz habt, was ihr lieber habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Also, ansonsten, was wird's für Content geben? Ich nehme an, es hat einen Story-Modus, werden wir spielen. Ich weiß nicht, ob ich ihn durchhalten werde, weil die letzten Jahre taten weh und wenn es wieder in die gleiche Richtung geht, dann werde ich's vermutlich nicht durchziehen. Ähm, Ultimate Team. Wenn ihr schon länger auf dem Kanal unterwegs seid, dann wisst ihr, dass ich mir jedes Jahr vornehme, ey, ich spiele dieses Jahr ein bisschen mehr Ultimate Team und bring mir Ultimate Team Videos, weil die Videos eigentlich immer ganz gut ankommen. Wer die nicht kennt, die sind deutlich aufwendiger geschnitten, also mit wirklich vielen Cuts zwischendurch, ähm, mehr Musik, mehr Effekten, mehr, da, 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 mehr Action einfach die ganze Zeit, mehr High-High-Frequency, sag ich mal. Also, das ist nicht so eine entspannte, wir spielen miteinander Atmosphäre, sondern wirklich pur für Unterhaltung. Ähm, wird's auch wieder geben. Mal gucken, wie lange ich's durchhalte. Irgendwann wird's mich vermutlich sehr nerven. Und dadurch, dass ich jetzt nicht nur lange kein Ultimate Team, sondern lange generell kein Madden gespielt hab, werde ich vermutlich ziemlich schlecht sein in Ultimate Team. Eventuell werden dadurch die Videos witziger, was auch immer. Und die größte Sache, die es dann natürlich geben wird, ist die Franchise, die wir vermutlich wie jedes Jahr als Coach spielen werden. Ähm, da werde ich Entscheidungen mit euch zusammentreffen. Das heißt, immer in den Kommentaren für die nächste Woche, sollten wir für irgendwen traden, sollten wir irgendwen cutten, sollten wir da und da scouten, was auch immer. Ähm, das werde ich mit euch zusammen machen und da hab ich auch schon richtig Bock drauf. Letztes Jahr war die Franchise, die wir gespielt haben, äh, war die Jets-Franchise. So, und da hab ich auch ne Abstimmung gehabt. Das kommt mir alles schon so ewig weit vor, äh, weit weg vor. Ich hab mir nochmal angeguckt, welche Teams da zur Verfügung standen. Und interessanterweise funktionieren die alle dieses Jahr auch noch. Ähm, wie das endgültig ablaufen wird, ist vier Teams für die Kanalmitglieder zum Abstimmen. Kanalmitglieder, egal in welchem Level, die können abstimmen. Ich werde einen Beitrag machen, äh, in ein paar Tagen, ähm, aber noch rechtzeitig vorm 16. auf YouTube. Da müsst ihr also auf diesen Community-Tab, aber ich erwähne es nochmal in einem Video, vermutlich im nächsten Newsflash oder sowas. Und dann habt ihr die Möglichkeit von vier Teams und dann kann für das Team, was ihr am liebsten habt, abgestimmt werden. Und da richte ich mich dann wirklich einfach straight nach dem Abstimmergebnis und nicht von wegen, ah, den zweiten Platz finde ich geiler, ich nehme den zweiten Platz. Sowas wird's nicht geben. Drei der Teams stehen bereits fest, die gehe ich gleich durch. Wichtig ist, das vierte Team könnt ihr aussuchen. Das heißt, wenn ihr kein Kanalmitglied seid und sowas, ähm, dann könnt ihr jetzt in die Kommentare gehen und könnt das Team, das ihr als Franchise sehen wollt, in die Kommentare schreiben. Am besten mit einem Grund. Denn ich werde das Team mit den meisten, oder den Teamvorschlag mit den meisten Likes aus diesen Kommentaren hier, werde ich als viertes Team zur Verfügung stellen. So, was sind die ersten drei Teams? Ähm, wie gesagt, ich habe die drei Teams genommen, die letztes Jahr drin waren, die es aber nicht reingeschafft haben. Wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, die Jets. Ansonsten die Falcons, die Texans und die Lions. Das sind die drei Teams, die alle zur Verfügung stehen. Ich versuche mir immer ein relativ schlechtes Team rauszusuchen, ähm, und das sind auf jeden Fall drei der schlechtesten Teams, um quasi ein bisschen diesen Rebuild-Charakter reinzubringen. Auch wenn Madden dafür manchmal ein Ticken zu einfach ist, vielleicht ist es dieses Jahr ja relativ schwer, oder wie gesagt, dadurch, dass ich länger nicht gespielt habe, vielleicht habe ich es dadurch einfach ein bisschen schwerer. Wäre ja auch cool. Ähm, das vierte Team, wie gesagt, kommt von euch. Auch wenn ihr kein Kanalmitglied seid, ihr könnt jetzt natürlich trotzdem in die Kommentare gehen und sagen, ey, alle Kanalmitglieder, bitte wählt mal die Falcons aus dem und dem Grund. Oder bitte die Lions aus dem und dem Grund. Ansonsten, wenn ihr ein viertes Team im Kopf habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, Seahawks, dieses Jahr denken auch viele, dass die Seahawks relativ schlecht sein werden, warum nicht die Seahawks? Dann schreibt es in die Kommentare, sagt, ey, ich bin für die Seattle Seahawks, weil kein etablierter Quarterback da, junger Running Back, alles ist unsicher, neue O-Line, dadada, ähm, und versucht die Leute zu überreden. Wenn der meistgelikete Kommentar dann was mit den Seahawks am Hut hat, dann werden die Seahawks das vierte Team sein, was da zur Verfügung gestellt wird. Ich argumentiere jetzt mal kurz für die anderen drei Teams. Falcons, unklare Quarterback-Situation, wir haben Mariota natürlich, wir haben Ridder dahinter, ansonsten haben wir Kyle Pitts, der sehr stark ist, Drake London, der vermutlich stark sein wird in Madden, auch wenn er nicht unbedingt der beste Madden-Receiver sein wird im Verhältnis zum echten Receiver, einfach weil der Speed nicht da ist, so. Ansonsten haben wir dahinter auch noch interessante Optionen, auf Receiver, auf Running Back, überall was da. Die Fans ist auch so, du hast gute Spiele, aber du hast auch definitiv Lücken da, also kein wirklich gutes Team, zumindest sieht es jetzt am Anfang so aus und ihr müsst daran denken, selbst wenn die Falcons jetzt auf einmal in echt eine richtig krasse Saison spielen, die Madden-Ratings sind ja fest. Das heißt, das Team, mit dem ich anfange, ist definitiv kein krasses Team, egal wie die Falcons spielen dieses Jahr. Texans, Davis Mills ist, ich will jetzt nicht sagen kein gestandener Quarterback, aber es ist auch noch ein kleines Fragezeichen, der hat halt ein Jahr besser gespielt, als die meisten Leute erwartet haben. Hat der auf einem Franchise-Quarterback-Level gespielt? Auf keinen Fall. Heißt auch da, Quarterback-Situation ist ein bisschen schwer, vermutlich relativ viele Draftpicks, ich weiß nicht, ob ich mir die noch selber zurecht mogeln müsste oder ob die in Madden diesmal wenigstens von Anfang an drin sind. Und ansonsten haben wir auch da ein paar junge Spieler, aber insgesamt nicht das Team mit dem meisten Potenzial, will ich jetzt auch mal sagen. Also die sind noch relativ am Anfang vom Rebuild, wenn ich das so einschätzen darf. Lions ist letztes Jahr, glaube ich, Zweiter geworden. Für viele von euch wäre es vielleicht auch interessant, wie ich das für mein Lieblingsteam machen würde, denn ich bin, wie es unschwer zu erkennen ist, Lions-Fan. Da wäre ich natürlich mit Herzblut dabei, wäre ich bei den anderen Franchises auch, aber das wäre was anderes. Ich habe noch nie eine wirkliche Lions-Franchise gehabt, nur eine Community-Franchise, das ist ja immer was anderes. Ich kann verstehen, warum viele von euch das wollen, aber ich kann euch auch versprechen, dass ich bei den Lions-Spielern aus emotionalen Gründen Entscheidungen treffen werde, und zwar mehr als bei anderen Franchises. Einfach, weil es hier mehr Spieler gibt, die ich wirklich mag, weil sie halt bei den Lions sind dann echt und so weiter, wo ich mich dann vielleicht ein bisschen schwer tun würde, die zu benchen oder die zu traden oder zu cutten. Aber auch die Situation ist natürlich interessant. Sehr junges Team, letztes Jahr sehr schlecht gewesen. Quarterback, riesiges Fragezeichen. Also auch da draftet man nach dem ersten Jahr ein, wird Jared Goff auf einmal ganz gut. Viele junge Spieler mit Star-Potenzial, also auch das ist interessant, kann ich verstehen. Ansonsten steht euch alle Teams frei. Wenn jetzt auf einmal die Chiefs zum Beispiel gewinnen, ey, dann bin ich auch nicht dagegen, mit den Chiefs eine Franchise zu spielen, das wird dann halt bloß vermutlich relativ langweilig, denn ich denke, damit wäre es doch verhältnismäßig einfach, zumindest wenn man sich dann mal eingefuchst hat. Also ich würde bevorzugen, wenn auch das vierte Team ein verhältnismäßig schwaches Team ist, aber wie gesagt, die endgültige Abstimmung, Gewalt und die Entscheidungsfreiheit liegt dann bei den Kanalmitgliedern und ich erinnere euch nochmal, oder ich weise euch nochmal drauf hin, wenn es dann im Community-Bereich diese Abstimmung gibt, damit die auch keiner von den Mitgliedern verpassen kann. Jo, alles klar, das war's. Ich habe euch ein bisschen erzählt, was los ist mit Madden, wie mein Plan ist, der Regular Season Plan, den werde ich auch nochmal vorstellen demnächst, wenn die Regular Season anfängt, wie dann mein Wochenplan ist, weil ich da feste Tage für feste Themen sozusagen habe, für feste Uploads, werde ich euch auch nochmal vorstellen. Und ansonsten, kommt in die Kommentare, selbst wenn ihr keine Idee habt, lest euch die anderen Kommentare durch und liked, was ihr cool findet. Könnt natürlich auch mehrere liken, ist ja voll in Ordnung. Und dann hoffe ich, wir haben vier coole Teams, bei denen dann abgestimmt werden kann. Und ich bin ehrlich, ich habe momentan keine Ahnung, wer wirklich gut wird. Letztes Jahr kamen die Jets auch ein bisschen aus dem Nichts, da hätte ich damit gerechnet, dass die Lions das werden, aber ja, überrascht mich. Hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, wenn ihr aber durch mich freuen, falls ihr ein Liked da, dass wir eine neue Seite nichts mehr verpassen wollen. In Zukunft dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.